Interkulturelle Zusammenarbeit ist unser Tagesgeschäft und das seit vielen, vielen Jahren. Wenn man von einem Ort sprechen kann, wo man Respekt und Zusammenarbeit jeweils hinsichtlich der anderen Kultur gegenüber pflegt, dann ist es die Deutsche Schule. Einige Leute, die Menschen, die sich als Mutter und als Mutter, aber die Deutschen nicht so schnell sind. Sie wollen eine Anweisung. Aber das ist etwas für den Zukunft. Wie werden die Dinge im Zukunft sein? Man kann nicht immer die Mutter mit dir sein. Ein Programmierer. Ein Programmierer. Ein Programmierer. Ein Programmierer. Wir haben aber auch, das muss man auch ganz klar sagen, strukturelle Probleme, dadurch, dass zwei unterschiedliche Bildungsziele eigentlich angestrebt werden. In der griechischen Abteilung ein griechischer Abschluss, in der deutschen Abteilung einen rein deutschen Abschluss. Deswegen planen wir auch zukünftig, beide Abteilungen miteinander zu verschmelzen und eine wirkliche integrierte Begegnungsschule zu sein. Es gab schon immer Krisen zwischen den Schülern, aber jetzt ist es schon deutlicher, weil man kann das sehen, dass manche Griechen, griechische Schüler zumindest, schon ein Problem mit deutschen Schülern haben. Ich glaube, dass wir in Deutschland leben und in Deutschland studieren und dann einen Job finden, eine Familie, vielleicht. Ich glaube, dass die größeren, würden wir gerne wieder gehen. Und deswegen gehen wir auch in dieser Schule, damit wir uns die Tür für den griechischen Abteilung aufbauen, mit der deutschen Politiker. In der Zukunft, also studieren würde ich schon gerne in Deutschland leben, dann würde ich schon lieber in Griechenland. Ich bin nämlich hier aufgewachsen, das ist eine ganz andere Atmosphäre und ich bin schon optimistisch, dass sich die Sachen schon zum Besseren ändern werden. Ich bin aber ausgerecht. Untertitelung des ZDF, 2020